Ich warte wieder ein bisschen, bis alle eingetrudelt sind. Ich komme gerade aus einem sehr emotionalen Meeting mit der Beta-Gruppe von meinem Power-Quartal. Da sind natürlich auch welche, also Teilnehmerinnen drinnen, die massiv Schwierigkeiten haben, beziehungsweise deren Business jetzt weggebrochen ist. Das berührt natürlich und hilft auch nicht dabei, da jetzt besonders lustig und fröhlich zu sein heute. Aber ich versuche es natürlich für euch, die Laune aufrecht zu erhalten. Dazu machen wir ja Pause gemeinsam. Was habe ich heute vor? Ich habe mir gedacht, nachdem das jetzt die letzte Pause um 10 ist, ich kann das nicht weiterführen die nächsten Wochen. Und das wurde ich auch schon gefragt. Hey, super, machst du das ab jetzt immer? Nein, werde ich nicht machen. Ich mache natürlich weiter mein 3 um 8 am Freitag um 8 Uhr. Das geht also nächste Woche wieder los. Habe ich heute auch ausgelassen. Wir werden uns ja eh um 10 Uhr sehen. Das mache ich weiter, ja, ganz klar. Aber um 10 Uhr diese langen Lives, es schaut vielleicht nicht so aus, aber es kostet mich immens viel Energie, jeden Tag live zu gehen. Ja, auch wenn man das vielleicht von außen so nicht sieht. Und darum gehe ich wieder zurück zur Normalität, weil die einfach gut tut. Ich habe das auch im Newsletter diese Woche, also gestern, geschrieben, dass eine innere Sehnsucht nach Normalität ist natürlich im Rahmen dessen, was jetzt möglich ist, sich da etwas wieder aufzubauen oder zurückzuholen, eben aus diesem normalen Leben. Und heute würde ich ganz gerne zurückschauen auf die vergangenen 4 Tage oder die vergangene Woche mit euch gemeinsam, mit ein paar Fragen. Und natürlich schaue auch ich zurück. Und wir schauen nicht nur zurück, wir schauen auch nach vor. Wie wird die nächste Woche ausschauen? Wie werden die nächsten Wochen ausschauen? Was nehmt ihr mit in die Zeit nach der Corona-Krise? Das ist ja auch nicht uninteressant. Und zwar am Positiven, nicht an Ängsten. Das haben wir jetzt auch gerade gesprochen. Was ist, wenn? Das ist eine Frage, die wir uns nicht stellen brauchen, weil wir es nicht absehen können. Es ist täglich kommt was Neues auf uns zu. Und dann werden wir darauf reagieren und so weit wie möglich ansonsten agieren. Guten Morgen, Wilfried. Sehr schön. Sonne, gesund und motiviert. Sehr gut. Es ist eine super Kombination. Gut, die erste Frage, die ich euch stellen würde und würde mich freuen natürlich, wenn ihr im Chat was schreiben würdet dazu, ist, was habt ihr über euch selbst gelernt in diesen 4 Tagen? Und ich kann mir vorstellen, dass das genauso wie bei mir gar nicht wenig ist. Und das sollten wir uns auch als Positives mitnehmen. Ich bin nicht unbedingt von der Fraktion, die sagt, es gibt nur Positives in dieser Krise, aber es gibt auch Positives. Also um euch ein bisschen Zeit auch zum Schreiben zu geben. Mein Mann ist ja jetzt auch im Homeoffice. Jetzt wissen wir auch, dass das sicher bis Ostern, wenn nicht sogar länger sein wird. Und das ist so ein bisschen Probezeit für die Zeit, wenn man in Pension geht. Also wir sind es gewohnt, dass er auch viel zu Hause ist. Er arbeitet an Montag und Mittwoch normalerweise nicht. Ist also in Teilzeit. Das heißt, da haben wir uns aufeinander eingespielt. Aber es ist halt eine ganze andere Nummer, wenn ich so gar keine Zeit ganz alleine habe. Und mit alleine meine ich ganz alleine. Also niemand anderer, kein anderes Lebewesen im Haus, nicht mal mein Enkelhund. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn er da ist. Er stört mich nicht, er unterstützt mich natürlich. Wobei natürlich habe ich gelesen, dass das auch nicht so natürlich ist. Muss ich mich nochmal bedanken bei ihm. Aber es ist so ein bisschen Probezeit. Wie wird das sein, wenn er den ganzen Tag zu Hause ist und ich weiter arbeite? Das finde ich schon ganz spannend zu bemerken, dass es erstens nicht so schlimm ist, wie ich gedacht hätte. Und auf der anderen Seite auch das Beruhigende. Ihm wird nicht langweilig. Er sitzt also nicht im Wohnzimmer und wartet darauf, dass ich bereit bin, mich mit ihm zu unterhalten oder irgendwie zu beschäftigen. Also das ist ganz angenehm. Aber wie ich schon gesagt habe, ich bemerke bei mir eben diese Sehnsucht nach machbarer Normalität und das haben wir jetzt auch gerade eben in dem Call besprochen, dass Normalität auch Selbstfürsorge bedeutet. Und zwar für euch und auch für eure Familien. Also so viel wie möglich an Normalität ins Leben hinein zu holen. Die letzte Woche, also die letzten vier Tage waren so für mich nur reagieren, nicht agieren, Planungen alle über den Haufen geworfen. Egal ob das jetzt Projektplanung, Redaktionsplan, Social-Media-Planung war alles irgendwie nicht mehr vorhanden, weil nicht drauf geschaut und nur reagiert. Und da fühle ich mich an früher erinnert. Viel früher, ich sage jetzt mal so vor sieben, acht Jahren, zehn Jahren, wie ich damals gearbeitet habe. Das war genauso. Und für mich steht also ganz eindeutig fest, das ist nichts für mich. Und was es mir auch geholfen hat, ist vielleicht so ein bisschen näher ranzurücken an die Teilnehmer, die bei mir in Homesweet-Office anfangen. Weil die genau in so einer Situation planlos nur reagieren, Dinge vergessen, viel machen wollen, aber einfach nichts umgesetzt bekommen. In der Situation kommen die eben in mein Halbjahresprogramm. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen näher an denen dran und kann besser nachempfinden, wie es ihnen geht. Weil wie gesagt, vor acht bis zehn Jahren war es bei mir genauso chaotisch. Aber das verschwindet natürlich aus der Erinnerung. Ich glaube, das ist ganz klar. Das geht uns allen so. Und ich habe festgestellt, ich liebe Routinen. Ich liebe es auch einfach nur routiniert, Dinge zu machen, die ich kann, und mich nicht jede Sekunde oder jede Minute auf irgendetwas Neues einstellen zu müssen. Das hat es mir eben auch gezeigt, die vergangene Woche, dass ich das brauche und dass mir das gut tut. Und deswegen sind Routinen also nichts Böses und nichts Einschläferndes, sondern auch wieder Normalität, Sicherheit, dass man etwas kann, dass man etwas beherrscht. Also das habe ich für mich erkannt. So, schau mal, was habt ihr geschrieben? Ich weiß, ihr braucht es ein bisschen zum Tippen und vielleicht auch zum Überlegen und Eintippen. Aber die Frage wirklich an euch, was nehmt ihr euch mit aus den vergangenen Tagen? Was habt ihr über euch selber gelernt? Was ihr wiederum weiterverwenden könnt? Also natürlich, die ganze Situation verändert uns alle. Robert schreibt, mein Learning, wenn ich offen um Hilfe frage, bekomme ich mehr Unterstützung, als ich je erwartet hätte. Das ist wunderschön. Das ist ganz, ganz toll. Muss man auch lernen, muss man auch lernen, um Hilfe zu bitten. Ja, das fällt ganz vielen gar nicht leicht. Finde ich super. Beatrix, ich tue mich auch schwer mit dem Wissen und schlechten Gewissen, dass Tochter oben an ihren Schularbeiten sitzt oder auch nicht. Ja, wir sind bei Verantwortung übertragen beziehungsweise Verantwortung geben und dieses schlechte Gewissen, ich glaube, das ist eine der destruktivsten Emotionen, die wir haben können. Ja, weil es hilft deiner Tochter nicht weiter, wenn du mit schlechten Gewissen dort sitzt und dir hilft es auch nicht weiter. Ja, also das lenkt ab, Fokus ist weg. Versuch da irgendeinen Weg zu finden, Beatrix, wie du diese schlechte Gewissen besänftigst. Ja, Tipps habe ich dazu auch nicht unbedingt, außer dir klarzumachen, dass du ihr damit nicht hilfst. Ja, sondern im Gegenteil vielleicht sogar. Karin schreibt, viel gelernt, alle Täler, wie von dir neulich beschrieben, durchwandert und nun gerade wild entschlossen zur Normalität zurückzukehren. Ja, kann ich unterschreiben. Absolut. Start in die Normalität ist das Nächste, was ich mir überlegt habe. Das klingt so, ja, planlos, irgendwie in gewisser Weise, ja. Und ich habe mich zurückerinnert an meine Challenge. Was ist da die erste Aufgabe gewesen? Beziehungsweise, was sage ich meinen Leuten auch immer, wenn sie aus irgendwelchen Systemen rausgekippt sind, durch Krankheit, durch Urlaub, jetzt haben wir halt Corona, wie kommen sie wieder in die Normalität, in die Routine hinein? Und da ist für mich das allererste, den Schreibtisch aufzuräumen. Ja, das ist auch die erste Aufgabe immer in der Challenge und die wird als extrem positiv wahrgenommen, obwohl es so simpel klingt, ja, Schreibtisch aufräumen. Und das könnt ihr in einer gewissen Art und Weise machen. Ich empfehle immer alles runter vom Schreibtisch, außer Bildschirm, Lampen, also alles, was irgendwie fix drauf steht. Das ist der erste Schritt, irgendwo hinlegen, darf auch der Boden sein oder die Couch. Dann wird der Schreibtisch gesäubert, ja, absaugen, abwischen, so dass er wieder glänzt und keine Kaffeeheferl-Ränder drauf sind oder ähnliches. Und dann das, was ihr gerade runtergenommen habt vom Schreibtisch sortieren. Was kann weggeworfen werden? Was gehört in die Ablage? Was gehört zu irgendwelchen To-Dos, die ihr noch habt? Ja, was von diesen To-Dos sollte heute noch erledigt werden? Was ist nächste Woche? Was ist später? Weil die Dinge, die später dran sind und die brauchen wir uns heute zum Beispiel nicht zu kümmern, das ist ja die Sortierung, die ich auch in der Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Linnenberger habe. Also Schreibtisch aufräumen, wenn der, wenn dann wieder alles draufgeräumt ist, was ihr wirklich braucht und nicht nur herumkugelt, dann wäre der nächste Schritt Posteingang. Ja, ich habe schon lange nicht mehr so viel E-Mails im Posteingang gehabt, wie jetzt, auf die ich zwar reagiert habe, geantwortet habe, Termine ausgemacht habe, aber ich habe sie nicht rausgelöscht, nicht archiviert, nicht zu To-Dos gemacht, weil ich einfach nicht dazugekommen bin. Und so eine Zero-Inbox, das ist was ganz Hübsches und ich versuche das immer spätestens am Freitag am Abend zu machen, also Freitag am Abend fertig zu haben. Optimal ist, jeden Tag schaffe ich auch nicht jeden Tag. Lasst euch da nichts einreden, dass das unbedingt jeden Tag sein muss, aber zumindest einmal in der Woche. Ja, und dann ist der dritte Schritt Wochenplanung machen. Schaut euch eure nächste Woche an. Was tut sich, was ist weggefallen, wo habt ihr jetzt größere Bereiche frei von vielleicht drei, vier Stunden? Wie könnt ihr die sinnvoll für euch einsetzen? Sei es Fortbildung, dann habe ich ganz oft gelesen und gehört, endlich Zeit, mich um dieses Tool zu kümmern, um mein Online-Business zu kümmern, um Online-Kurs zu erstellen, fertig zu machen, ja, Projekte aus der Schublade rauszuholen. Apropos Projekte, am 2. April, da muss ich mich jetzt nicht vertue, am 2. April ist mein nächstes Webinar in Sachen Projektplanung mit Trello. Wenn ihr geht auf abenteuerhomeoffice.at schrägstrich Webinare oder auf der Startseite, da gibt es auch einen großen Button draufklicken, da könnt ihr euch noch anmelden. Ja, einfach gucken, wie ihr die Zeit, die ihr jetzt habt, sinnvoll verbringen könnt, vielleicht an eurem Business zu arbeiten, wenn es jetzt weniger gibt, um in eurem Business zu arbeiten. Ja, das ist also für mich der Start in die Normalität, der eben jetzt auch stattfinden wird, wahrscheinlich nicht heute, sondern erst am Wochenende. Habe ja gestern schon gesagt, schlechtes Wetter ist angesagt, morgen soll es angeblich schneien sogar, bis in die Täler hinein. Kann man sich heute, am Frühlingsanfang überhaupt nicht vorstellen, aber da werde ich eben schauen, dass ich das hinbekomme. So, wer hat noch was geschrieben? Die Gudrun. Gudrun schreibt, ich habe das gerade erst gestern gemacht und es hat sehr gut getan, wieder einen ordentlichen Schreibtisch zu haben. Habe ich auch durch dich gelernt, das öfter zu machen. Super, freut mich, danke. Sollte auch so eine Art Routine sein, um die Woche abzuschließen, kann man das ohne weiteres, den Schreibtisch als Abschlussroutine für die Arbeitswoche zu benutzen und gleichzeitig sich selber was Gutes zu tun. Wilfried schreibt, schau mal, ist doch schön sowas, ist doch schön, wenn deine liebe Kollegin Barbara so Werbung für dich macht. Danke. Ah, energetischescoaching.de, da schaue ich doch gleich mal hinein. Danke, Wilfried. Ich kriege nicht alles mit, weil mich die Leute oft nicht taggen. Und jeder, der mich empfiehlt, danke, 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 freut mich total, wenn ich auch euren Leuten helfen kann. Wenn du plötzlich und unerwartet im Homeoffice arbeiten darfst, hol dir Tipps dazu von Claudia Kaché, der ist ganz süß. Schaue ich mir dann an. Danke, Wilfried. Guten Morgen, Jaroslav. Dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Auch so eine treue Seele, die schon lange dabei ist. Gut, jetzt haben wir starten in die Normalität. Und dann noch zwei Fragen, die ihr euch stellen könntet, ist, was werdet ihr nächste Woche genauso machen, wie diese Woche? Also Fokus drauf, was ist gut gelaufen, was können wir so lassen? Und natürlich auch was anders, was können wir optimieren, jetzt auch im Zusammenleben mit Partner, Kindern, Hund, Katz, Hamster im Homeoffice. Da empfehle ich auch, ich habe schon vorher meinen Leuten empfohlen, setzt euch mit der Familie zusammen, überlegt, wie könnt ihr die Woche strukturieren. Und jetzt geht es darum, zu sagen, okay, was hat wem gut getan, was hat wem gefehlt, wie können wir das ändern, damit die nächste Woche noch besser wird. Es wird einfach ein paar Wochen dauern, da können wir jede Woche dazu lernen, wieder etwas optimieren und dadurch natürlich auch irgendwie die Moral hochhalten und die Energie hochhalten und die Laune hochhalten. Also schaut einfach, was hat für euch funktioniert und was nicht. Und die letzte Frage, die ihr euch vielleicht stellen könntet, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch was reinschreibt in den Kommentar. Die letzte Frage, die geht also schon ein bisschen langfristiger. Was werdet ihr nach dieser Krise, wenn alles vorbei ist, anders machen als vorher? Mir fällt da ein Thema ein, das mich also wirklich aus allen Ecken und Enden anspringt. Das ist das Thema Notgroschen. Man hört so oft, man soll sich einen Notgroschen zurücklegen. Ich weiß, ist als Selbstständiger auch nicht immer easy peasy. Ja, ich kann euch nur empfehlen, einmal bei der Benita Königbauer und Profit First vorbeizuschauen. Das ist natürlich langfristig, das wird nicht sofort greifen, aber es geht ja darum, was macht man nach der Krise anders, als wir vorher gemacht haben, wo sie uns so wirklich eiskalt erwischt hat. Und einen Notgroschen sich anzulegen oder zuzulegen, anzusparen, der, es wird im Allgemeinen empfohlen, drei Monate reicht, dass man so quasi drei Monate unsere Fixkosten, unser Leben finanzieren können, ohne dass irgendwo was reinkommt. Klingt gut. Ich würde sogar sagen, in Zeiten wie diesen oder aus dieser Erfahrung heraus, Notgroschen von sechs Monaten vielleicht anzulegen. Also beschäftigt euch einfach mal mit dem Gedanken, wie könnt ihr zum Beispiel nach dieser Krise dafür sorgen, dass euch die nächste, wie auch immer die ausschauen wird, sei es eine Wirtschaftskrise oder eben so eine gesundheitliche Krise auf der ganzen Welt, euch nicht so eiskalt erwischt. Also das wäre, das ist ein Learning, das ich auch mitnehme. Es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Notgroschen habe. Ich habe den, Gott sei Dank. Es ist auch nicht so, dass bei mir auf null geht, das Business. Gott sei Dank. Ich weiß, sehr privilegiert. aber das ist ein Gedanke, den ich euch einfach gerne mitgeben möchte. Nicht, dass die Krise vorbei ist. Jeder sagt, Jepi, hola da roh, wir machen so weiter wie vorher und das nächste Mal erwischt es uns wieder genauso am falschen Fuß. Und vielleicht gibt es da noch viele andere Bereiche. Also mir ist jetzt mal nur eben dieser Notgroschen eingefallen, weil das so omnipräsent ist. Das finanzielle Thema eben momentan auch klar, wie gesagt, ich habe auch Kunden, denen das Geschäft absolut weggebrochen ist, bis hin zur Besitzerin der Privatpension, wo wir immer Skifahren hinfahren, in Zell am See. Hat auch zusperren müssen. Steht auch ohne was da. Also ja, gibt es genug und deswegen ist eben dieses Thema für mich so omnipräsent. Markus, guten Morgen. Wilfried war gestern in ihrem Newsletter. Dankeschön. Jaroslav, ich war mit der Unterstützung einer Steuerberatungskanzlei mit digitalisierten Prozessen, die Wettbewerbe und Effizienz zu steigern. Jetzt unterstütze ich wieder vom Homeoffice aus. Super. Also ich war ja am Freitag bei meiner Steuerberaterin und habe mir gratulieren lassen zu der vielen Sozialversicherung, die ich zahlen darf, für voriges Jahr und bin reingekommen und die Sekretärin hat gerade angefangen, den Computer abzustoppeln. Ja, also die nehmen sich ihre Geräte mit nach Hause oder haben sich mit nach Hause genommen, um eben von zu Hause aus arbeiten zu können und werden quasi nur mehr einen Journaldienst haben. Es wird immer nur einer drinnen sein als im Büro. Also auch für diese Sparte nicht einfach bis hin zu, sie müssen ganz schnell Bilanzen liefern, damit die Firmen die Möglichkeit haben, bei einer Bank einen Kredit zu beantragen. Ja, also es kommt an vielen Stellen, an die man im ersten Moment gar nicht denkt, eben zu solchen Knappheiten. Ja, und darum fände ich es einen guten Gedanken, wenn der Kopf wieder ein bisschen ruhiger ist und wenn Normalität für euch in irgendeiner Art und Weise eingetreten ist, dass ihr eben drüber nachdenkt, was werde ich nach der Krise anders machen, als ich bisher gemacht habe. Christel, Hallöchen. Ich mache genauso weiter. Ich habe gerade einen so motivierenden Kommentar in meiner Gruppe bekommen. Ich mache weiter, ist gut. Ja, und genauso, wenn es genauso gut ist, also wenn dieses genauso für dich bedeutet, dass es gut ist, dann machst du einfach weiter. Sehr schön. Robert, er wird A, öfter mal jemanden um Rat fragen. B, Projekte schneller umsetzen. Gute Idee. Stichwort, Ich wollte schon Ende letzten Jahres die Online-Angebote für Ausbilder fertig haben. Punkti, Punkti, Punkti. Das lese ich jetzt ganz oft, dass eben so Projekte halb fertig bis nur angedacht in der Schublade liegen und vielleicht jetzt realisiert werden können. Jetzt natürlich unter Druck. Das wäre so etwas, was man für nachher auch lernen oder mitnehmen könnten, dass Projekte, die gute Vibes haben oder die euch helfen könnten in eurem Business, dass wir die eben schneller umsetzen und uns nicht so einvernehmen lassen vom Tagesgeschäft. Das ist also wieder so Stichwort am Business arbeiten, Stichwort Strategietage einlegen, alle 14 Tage mal einen Tag völlig frei halten und drüber nachdenken und auch konzipieren, planen, was in Zukunft passieren soll. Das empfehle ich ja auch immer wieder. Schreib wieder, schreib drüber und spreche auch drüber. Gut, ihr Lieben, wir haben 20 Minuten. Ich würde jetzt gern was ausprobieren. Ihr wisst ja, ich streame über BeLive und ich habe dann einen neuen Knopf, der heißt Celebrate, weil ich so viele Live-Videos schon über BeLive gemacht habe. Ich klicke da jetzt mal drauf. Moment, Robert schreibt, mit B war gemeint, ich hätte es fertig, dann hätte ich es jetzt. Genau, ja, hätte, hätte. Fahrradkette lernen fürs nächste Mal. Also ich habe da einen Knopf in BeLive, der heißt Celebrate. Ich klicke da jetzt mal drauf. Keine Ahnung, was passiert. Ready? Ah, ist das nett. Oh Gott, ist das süß. Okay, 22 Broadcasts, naja, ist ja auch nicht so viel, aber 128 Kommentare ist doch nett. Aha, okay, da ist das Angebot, 30 Tage gratis BeLive auszuprobieren. Vielleicht wolltest du das ausprobieren, ja. Ja, ich bin gerade am Zusammenschreiben, was ich noch an Inhalten gerne machen würde. Dann mache ich ein BeLive-Tutorial, ja, und stelle das online für euch, wahrscheinlich auf YouTube. Und dann könnt ihr es 30 Tage mal ausprobieren. Ich finde, es ist sehr, also es ist nicht unbedingt intuitiv, ja, aber es ist sehr stabil. Also es hat jetzt die fünf Tage super funktioniert. Wilfried, wenn die Welt um dich herum zusammenbricht, hat bei mir nur der Fokus auf mich selber geholfen. Um Himmels Willen nicht treiben lassen von den Ereignissen, Angst, Verzweiflung, sondern, warte, jetzt läuft das, Konzentration auf das, was sein muss. Leichter gesagt als getan. Ja, natürlich. Ja, aber das dürfen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Christel, ich habe online angefangen, habe seit einem Jahr so viel zu tun. Auch jetzt baue ich mein zukünftiges Geschäft aus. Yes. Evelyn, was sind Broadcasts? Das sind die Live-Videos, die vorgeplanten, also es sind einfach nur Live-Videos. Egal, ob die jetzt vorgeplant sind, so wie ich es mache in BeLive, oder man kann in BeLive auch einfach aufs Knöpfchen drücken und sagen, jetzt gehe ich live auf YouTube oder Facebook oder sonst wo. BeLive ist ein Tool, das dir die Möglichkeit gibt, auf den unterschiedlichsten sozialen Netzwerken live zu gehen, beziehungsweise auf zum Beispiel auch YouTube live zu gehen. Und das Schöne daran, Jaroslav, ist, dass man dann diese Live-Videos vorplanen kann, so wie ich es jetzt die ganze Woche gemacht habe. Und vorplanen bedeutet einfach auch, dass die Leute sehen, aha, da kommt was. Wenn man nicht vorplant, also vorankündigt sozusagen, dann kann es natürlich ein paar Minuten dauern oder länger oder es funktioniert gar nicht, dass die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, aha, da ist jetzt jemand live, da könnte ich ja zuschauen. Das ist das BeLive und was bei BeLive halt auch, bei all diesen Arten von Software, ich habe ja schon gesagt, für den Mac gibt es das E-Cam. Was das Schöne daran ist, man kann switchen zwischen, ich zeige den Bildschirm her, ich bin dabei, ich kann einen Gast einladen und den auch herzeigen. Also das hat einige Möglichkeiten. Ja, Garten ist halt noch dazu, früher, also würde ich sagen, der Druck war schon wahrscheinlich vorher da und jetzt ist er natürlich verstärkt, ganz klar. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir also Celebrate auch ausprobiert, danke euch für die Geduld mit diesem Versuch, dass wir uns das mal angeschaut haben, ich war schon ganz neugierig und ich wünsche euch schönen Freitag, schönes Wochenende, schaut, dass ihr nächste Woche in die Normalität zurückkommt, soweit möglich, legt das auch fest für euch, was bedeutet Normalität, was stärkt euch, alles was normal ist, was eine Struktur hat, gibt Sicherheit, das heißt, was kann euch Sicherheit geben in der jetzigen Zeit, überlegt euch die Fragen, antwortet euch selber, was habt ihr jetzt in der Woche über euch selber gelernt, was werdet ihr nächste Woche genauso machen wie diese Woche, was werdet ihr anders machen, was werdet ihr nach der Krise anders machen als vor der Krise und damit wünsche ich euch, wie gesagt, schönen Freitag, schönes Wochenende und freue mich, wenn nächsten Freitag bei 3 um 8, sorry, ist um 8 Uhr halt etwas früher, auch wieder so viele dabei sind, also bis dann, ciao. tschau. tschau. Vielen Dank.